Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt hier auf Kick'em LP und zwar einem Let's Play, einer Kampagne in Civilization 5. Civilization 5, ja eins meiner Leib- und Magenspiele, sagen wir mal, oder die Civ-Reihe insgesamt. Ich kenne sie seit dem zweiten Teil, seit dem dritten Teil habe ich sie exzessiv gespielt, vor allem der vierte lag mir sehr, sehr im Herzen, da habe ich viele hundert Spielstunden reingesteckt und es dürfte wahrscheinlich das meistgespielte Spiel meines Lebensheim damals noch nicht auf Steam, daher habe ich keine genaueren Daten über meine Spielzeit. Ja, und nachdem das letzte größte Projekt, nämlich die Long-Walk-Kampagne, ja inzwischen schon relativ lange auf Eis liegt und ich es auch für unrealistisch halte, dass ich die noch fortsetze, habe ich gedacht, ich nehme mir einfach mal was Kürzeres vor. Eine Kampagne oder eine Runde Civilization 5 sollte so ungefähr bei normaler Geschwindigkeit zwischen 10 und 15 Stunden dauern, denke ich jetzt mal, vielleicht auch 20, wenn ich zu viel rede, werden wir dann sehen, also vielleicht so 30 Folgen über den Daumen. Ich denke, das ist realistisch, auch zum Fertigkriegen und auch zum Angucken und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Gut, wie immer richtet sich, äh, richten sich meine Videos eher an Leute, die die Spiele, die ich vorstelle, nicht so gut kennen. Das heißt, ich werde, ähm, einiges erklären, wie, wie Ziv so funktioniert. Ähm, nicht so ausführlich, sondern immer dann, wenn es passt, sodass es nicht langweilig wird und sich gut angucken lässt. Ähm, aber ich denke, ein Profi, der schon sehr, sehr viele Spiele gespielt hat, wird da einiges hören, was ihm, äh, schon sehr, sehr lange klar ist. Ja, warum Civilization 5 und nicht irgendein andere Teil. Der sechste ist jetzt auch schon, glaube ich, ein Jahr draus oder so. Ähm, den vierten finde ich persönlich inzwischen etwas, ja, veraltet. Nicht nur grafisch, sondern insgesamt auch, ähm, nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Und der sechste ist leider, ja, noch nicht reif. Ich habe früher immer gerne gesagt, äh, ein Civilization-Spiel ist wie ein guter Wein, das muss reifen, was in der Praxis bedeutet, da müssen mindestens eine, eher zwei Erweiterungen für rauskommen und es müssen Massen von Updates passieren. Wenn wir Civilization 4 nehmen, wenn man die Vanilla-Version vergleicht mit der Version, die dann ganz am Schluss, ähm, ja, aktuell war, da kamen so viele neue Konzepte dazu und über die zwei Erweiterungspacks, Extension-Packs und auch so viele neue Spielinhalte, ähm, dass es wirklich massiv besser geworden ist bei Civilization 5. Genauso als das damals rauskommen, war ich nicht sehr angetan mit den zwei Erweiterungen, die hier natürlich dabei sind. Gods & Kings hieß, glaube ich, die erste und Brave New World, die zweite, wenn ich es noch richtig weiß, ähm, ist daraus ein ziemlich rundes und sehr gutes Spiel geworden. Und ja, der sechste Teil, vor allem die KI scheint ein großes Problem zu sein. Ich habe ihn mir noch nicht mehr angeschaut, um ehrlich zu sein. Die negativen Reviews haben mich abgeschreckt. Gut, ähm, für die, die Ziv gar nicht kennen, worum geht's, äh, in Civilization, ist Civilization ein Strategiespiel, ähm, in dem man eine Zivilisation von, äh, von der Jungsteinzeit, also 4000 Jahre vor Christus, ähm, an der Stelle, wo die Menschen gerade, ja, sich niederlassen und, und vom Nomadendasein Abschied nehmen, äh, begleitet. Man begleitet diese, diese Zivilisation bis in die Neuzeit. Das Jahr maximal ist es, das Jahr 2050, ähm, und ja, lenkt die Geschicke dieser, dieser Nation. Es geht also viel um, äh, Politik auch. Eine sehr, sehr schöne Sache, finde ich, die in Civ relativ gut gemacht ist. Es geht am Anfang viel um Erkundung, dann gibt's, kommt, äh, Technologie, die erforscht wird, Religion, also es ist ein relativ, äh, komplexes Spiel, aber wie gesagt, ich werde versuchen, ähm, es gut laufen zu lassen und, ähm, einfach darauf Wert legen, dass es für euch sich gut anschauen lässt. Mir persönlich gefällt an solchen Spielen sehr gut, dass sich ja die Geschichte einfach entwickelt aus dem Spiel selbst. Das heißt, wir haben hier nichts Vorgeschriebenes, es gibt keine Missionen, es gibt keine, niemanden, der sich vorher ausgedacht hat, haja, das wird so und so laufen, sondern es entsteht aus sich selbst heraus, aus dem Spielfeld und, äh, das vorgegeben ist und dann drückt man auf Start und dann entwickeln sich Dinge und da können unglaublich spannende Geschichten bei rauskommen. Wahnsinnig dramatische Enden, meistens sind die Enden, es ist wahnsinnig knapp am Ende die Frage, wer gewinnt. Es gibt verschiedene Siegbedingungen, da werde ich noch drauf eingehen und, ähm, ja, ich versuche das nicht, jetzt nicht so rollenspielerisch, aber schon so zu machen, dass man sich ein bisschen reinversetzen kann und dass man gut mitfiebern kann mit der Generation, die wir dann gründen werden. Ja, und ich hoffe, euch macht es so Spaß. Es ist wieder ein Spiel, äh, von Phyrexis, genau die gleiche Firma, die auch XCOM gemacht hat, ihr merkt schon, bin ein Fanboy auf jeden Fall. Hervorragende Firma und hervorragende Spiele, die die rausbringen. Ähm, ich glaube, das waren dann genug der einleitenden Worte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, gebt mir wie immer Rückmeldung, wie es euch gefällt und, ähm, ob ihr irgendwas anders machen würdet, ich freue mich drüber und haut rein, viel Spaß damit. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ähm, euch fällt vielleicht direkt auf, dass das Ganze hier jetzt auf Deutsch ist. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich spiele meine Spiele eigentlich sehr gerne auf Englisch, ähm, aber ich habe gedacht, na gut, die Zielgruppe meines Kanals sind nun mal deutschsprachige Menschen, deshalb werde ich das Ganze jetzt auch auf Deutsch setzen, vor allem, weil es etwas textbasierter ist. Ähm, ich denke, das ist dann einfach schöner zum, und insgesamt zusammen passende zum Angucken. Wir können hier, ähm, wir starten darüber ein Spiel, da können wir ein bisschen was einstellen. Wir werden eine zufällige, äh, zufällige Zivilisation mit zufälligem Anführer nehmen. In Civilization ist es so, dass, ähm, die verschiedenen Zivilisationen sich nicht so stark unterscheiden, wie es in anderen Videospielen der Fall ist. Denken wir da an StarCraft oder so, wo ja die einzelnen, ähm, Rassen komplett unterschiedlich sind und sich total anders spielen. Das ist hier nicht so, sondern jede Zivilisation hat einfach einige Eigenschaften, die ein bisschen unterschiedlich sind, hat ein, zwei Einheiten, die nur sie haben, aber im Groben spielen sie sich alle gleich. Ähm, natürlich hat man ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eine Zivilisation spielt, je nachdem, da zum Beispiel auf welche Siegart man setzt oder so, das werdet ihr dann aber später alles sehen. Ähm, wir nehmen zufälligen Kartentyp, das bedeutet, dass, ähm, aus denen hier was zufälliges ausgewählt wird, also es könnte sein, dass es verschiedene Kontinente gibt, so ungefähr wie die Erde aussieht, es könnte sein, dass es ein großer Kontinent ist, es könnte sein, dass es Archipel sind, also viele so kleine Inseln, Fraktales, was völlig zufälliges, ähm, werden wir dann sehen. Kartengröße Standard, das heißt, es wird acht Spieler insgesamt leben, also sieben, die vom Computer gesteuert werden, Zivilisation und 16 Stadtstaaten, das sind so Kleinstaaten, weil wir dann sehen. Schwierigkeitsgrad spiele ich normalerweise auf König, ähm, das ist für mich so passend, äh, die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad bezieht sich vor allem darauf, dass die, äh, KI, also der Computer Boni bekommt, je höher der wird, das heißt, die muss dann einfach weniger Geld bezahlen oder weniger Produktionen in irgendwas stecken, um was zu bekommen. Ist leider nicht besser, weil die KI, naja, auch nicht immer perfekt ist und einfach Fehler macht, aber ich finde persönlich, für mich ist König recht schlüssig, das ist nicht einfach und ihr wisst, ich mag es nicht einfach in meinen Spielen, das heißt, wir werden schon dran zu knabbern haben, die Runde zu gewinnen und Spieltempo ist Standard, ähm, wenn man das Spieltempo verändert, das ist ja rundenbasiert, führt es dazu, ähm, dass das Spiel insgesamt länger dauert, das heißt, es gibt mehr Runden, bis man im Jahr 2050 ist, ähm, persönlich spiele ich sehr gerne auf episch, aber einfach, ähm, mit Blick darauf, dass wir dieses Let's Play auch wirklich beenden wollen, denke ich, bleiben wir erstmal auf Standard. Gut, ähm, als allerletztes noch, euch fällt vielleicht auf, ähm, es läuft keine Musik im Hintergrund, äh, weil ich kann, also der Soundtrack von, äh, Civilization, von jedem Civilization war eigentlich immer gut, auch der vom Fünfer ist sehr gut, aber nach so vielen Spielstunden kann ich ihn einfach nicht mehr hören, was dazu führt, dass ich, äh, die Musik ausgeschaltet habe und in der Regel einfach selber Musik dazu höre, das werde ich jetzt auch so machen und Spotify anschmeißen, ähm, das wird dazu führen, dass ich dieses Video nicht monetarisieren kann, das bedeutet, und die ganze Kampagne nicht, dass ich, äh, kein Geld damit verdienen kann, aber bei den aktuellen Abozahlen und Zuschauerzahlen, die ich so habe, macht das eh überhaupt keinen Sinn, deshalb denke ich, lassen wir das lieber und hören, gute Musik dabei. Ich habe mir jetzt hier, ähm, ein Album von Helios ausgesucht, aus dem Jahr 2006, das heißt, ein Gia oder so ähnlich, ich werde die Musik immer unten verlinken, falls sie euch gefällt, könnt ihr euch die mal so anhören. Na, dann würde ich sagen, los geht's, mal gucken, wen wir kriegen. Harald Blauzahn von den Dänen, okay, den habe ich noch nie gespielt, das ist die Wikinger, ja, Wikinger Wut hier als Sondereigenschaft, Einheiten zu Wasser haben plus 1 Fortbewegung, cool, und zahlen nur einen Fortbewegungspunkt, um an Land zu gehen, auch cool, da war eine Kuh, Nahkampfeinheiten, jetzt sei mal ruhig, ich rede gerade, Nahkampfeinheiten, zahlen keine Fortbewegungspunkte zum Plündern, und wir haben hier einen Berserker als Sondereinheit, Frontlinien-Einheit des Mittelalters, ich denke, das tut diesen Kollenschwinger ersetzen, ersetzt den Langschwertkämpfer, ne, ist jedoch früher verfügbar, okay, hm, bin mal gespannt, Stärke 21, und norwegische Ski-Infanterie, Frontlinien-Landeinheit im mittleren Spielabschnitt, der auf Schnee, Tundra und Hügel spezialisiert ist, das sieht so nach Renaissance aus, schauen wir mal, so, wir müssen ein bisschen weg von dieser Kuh, ah, wir stehen drauf, oder was, wo ist die denn, hm, okay, also, ich zeige euch mal nur ein paar Grundlagen, also, wir befinden uns, wie gesagt, jetzt im Jahr 4000 vor Christus, ähm, soll ich mal ein bisschen leiser für mich, so passt das, im Jahr 4000 vor Christus ist genau der Zeitpunkt, wo, ähm, unser kleiner Stamm hier die Landwirtschaft entdeckt hat und beschlossen hat, sich niederzulassen, und darum geht es jetzt auch erstmal, ähm, nämlich zu finden, wo genau wir unsere erste Siedlung gründen wollen, ähm, unser Stamm ist hier aufgeteilt in zwei Gruppen, einmal eine Kriegereinheit, das sind die hier, die über den Kühen hier rumstehen, und das hier sind die Siedler, die wir jetzt gleich dafür verwenden werden, unsere erste Siedlung zu gründen, dafür ist erst mal relevant, ähm, was hier um uns rum ist, was für Ressourcen, vor allem, die schalten wir jetzt hier mal dazu, ich sehe sie schon, aber so kann man so besser sehen mit den Symbolen hier, so, aha, sieht nicht so schlecht aus, hier ist Vieh, das ist gut, und dann haben wir hier zweimal Kakao und hier unten Seide, wir sind auch an einem Fluss, das finde ich auch nicht schlecht, wir sind auf einem Berg, das ist auch gut, mein Hauptproblem ist, dass hier ganz viel Dschungel außenrum ist, und wir, ähm, das Problem haben werden, dass wir den erstmal abholzen müssen, um hier richtig zu arbeiten, mhm, aber wir sind am Meer, ich denke, das ist wichtig für uns, dann legen wir den mal hier hoch, aber gut, haben jetzt nicht viel mehr gesehen, das ist also alles, was wir aktuell von der Welt kennen, sonst sieht man hier diesen Fog of War, äh, die Karte ist natürlich viel, viel größer, aber mehr können wir aktuell nicht sehen, würde ich sagen, gründen wir jetzt unsere Zivilisation mal, ich schalte die Symbole hier mal wieder aus, und wir gründen Kopenhagen, alles klar, so, Kopenhagen liegt jetzt hier auf dem Hügel, wir schauen kurz rein, und das hier ist unser Staatsgebiet, viel ist es noch nicht, aber das wächst mit der Zeit, ähm, hier oben könnt ihr sehen, was unsere kleine Stadt zu produziert an, äh, Nahrung, Produktion, Gold, Wissenschaft, etc., gehe ich noch später drauf ein, wichtig, erstmal, wir haben aktuell nur einen Bürger, und dieser eine Bürger, ähm, kann, den kann man jetzt hier zum Arbeiten schicken, auf einem der Felder außenrum, aktuell arbeitet er hier bei den Kühen, und, hier seht ihr es, und produziert auch drei Nahrung, das sind diese kleinen Äpfelchen, und hier, das ist unsere Stadt, die produziert auch was, nämlich zwei Hämmer, das wird zur Produktion benutzt, von Einheiten und so, und nochmal zwei Nahrung, das heißt, wir produzieren aktuell fünf Nahrung, ähm, hier steht nur drei, zwei, weil jeder Bürger, dem er hat, verbraucht zwei, wie gesagt, da gehe ich später noch, ähm, ausführlicher drauf ein, jetzt müssen wir erstmal auswählen, was unsere Stadt denn produzieren soll, jede Stadt produziert immer was, zu jedem Zeitpunkt, oder es macht zumindest Sinn, es gibt Einheiten, es gibt Gebäude, die in der Stadt gebaut werden, und es gibt noch ein paar Sondersachen, die später kommen, jetzt am Anfang ist die Auswahl erschreckend gering, wir haben einen Bautrupp, einen Krieger und einen Speer, ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall einen Speer, der hat nämlich den Vorteil, dass er hier vor allem durch schlechtes Gelände wie Dschungel so deutlich schneller vorankommt, als unsere Kriegereinheit da oben, und, ähm, dadurch können wir die Gegend besser erkunden, das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste, dass wir feststellen, wer ist um uns rum, sind andere Zivilisationen, da sind wir auf einer Insel, oder gibt's Barbaren, wobei die kommen eigentlich erst ein paar Runden, ähm, zum Vorschein, dann gibt es Ruinen, die man erforschen muss, also es ist sehr wichtig, dass wir möglichst schnell anfangen, unsere Umgebung zu explorieren. Eine Entscheidung müssen wir in der Runde noch treffen, das ist die Forschung, mal ein Technologiebaum auf, da sieht man's besser, Forschung in Ziv wurde schon immer mit diesem Baum dargestellt, wir haben jetzt hier die Landwirtschaft entdeckt, und jetzt müssen wir eben weitere Technologien auswählen, die erforscht werden sollen, hier zum Beispiel Bogen schießen, das würde zehn Runden dauern, ne, und dann geht's hier immer weiter, braucht immer die Vorgängertechnologie, also wenn man Reiterei erforschen will, braucht man Fallenstellen dafür, wenn man Maschinenbau haben will, brauchen wir entweder Mathematik oder Bauwesen und so weiter, und es geht jetzt hier durch Antike, Klassik, Mittelalter bis eben ins Informationszeitalter mit Internet, Globalisierung, Kernfusion und so weiter. Tankkappenbombe, die hatte ich auch noch, ne? Ähm, ja, meistens ist die Spiele aber schon vorbei, weil einer der, äh, Zivilisation den Sieg schon errungen hat, über die Siegbedingungen werde ich auch später mal sprechen, das ist alles noch sehr lange hin, wir überlegen uns, was wir aktuell brauchen, ähm, wichtig an der Forschung am Anfang ist vor allem, ähm, dass man das ausbauen kann, was man hat, an Sonderressourcen wie hier das Vieh, ihr seht jetzt rechts neben der, äh, Forschungsflasche, wie immer man das Ding nennt, Petrischale, nein, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, seht ihr ein bisschen was dazu, da steht Voraussetzung Tierzucht, dass wir das bearbeiten können, hier Voraussetzung Kalender, hier unten auch, ähm, Tierzucht kommt gleich hier am Anfang, Kalender ist dann hier oben, ähm, und was brauchen wir, um Dschungel abzubauen, ich glaube Bronzeverarbeitung, ja, hier seht ihr, Dschungel entfernen, Tier wäre Segeln, was auch wichtig wäre für uns, ich glaube ich starte mal mit Keramik, weil wir eh noch keinen Bautrupp haben erstmal, für die Tierzucht, Keramik ist immer ein guter Beginn, weil es hier viele wichtige Optionen gibt, wie Schrift, was für die Diplomatie wichtig ist, wenn wir jemanden treffen, wie Segeln, um von unserer Insel runter zu kommen, ja, ich glaube, das ist eine gute Option, ähm, ich denke, das passt dann für die erste Runde und jetzt sind die anderen dran, alles klar, wir haben nichts gesehen, wir sind jetzt im Jahr 3960, ihr seht hier oben, das war jetzt gerade die Runde 0, wir sind in der Runde 1, das Ziv ist ein rundenbasiertes Spiel, die Runden sind wichtig, die Jahreszahl, ähm, ist eher irrelevant, jetzt am Anfang ist eine Runde 40 Jahre, wie ihr seht, später wird es weniger, die ist aber nur so, dass man grobe Vorstellungen hat, wo man sich ungefähr befindet, in der Geschichte, ähm, meistens ist man eh ein bisschen schneller, zumindest nach meiner Erfahrung, so dass man durchaus auch mal, keine Ahnung, Panzer im 15. oder 16. Jahrhundert hat, aber das werden wir jetzt sehen, so, wir bewegen uns hier weiter, das ist Sumpf, gell, da können wir auch nicht schneller voran, ähm, ein Krieger kann eigentlich hier zwei Felder pro Runde laufen, aber wenn er schwieriges Gelände hat, wie Dschungel, wie Sumpf, wie Berge, dann kommt er trotzdem nur ein Feld voran und das hier komplett nach schwierigem Gelände aussieht, ähm, ist das viel Dschungel, da werden wir eine Menge arbeiten müssen, wir wollen unbedingt Bautrupps, kein idealer Start, muss ich sagen, so, klar habe ich schon bessere gesehen, so, jetzt kann er hier durch dieses Grasland durchziehen, ich habe nichts entdeckt bisher, hier oben steht, was wir als nächstes erforschen, also in acht Runden ist die Keramik fertig, hier unten seht ihr, in drei Runden ist unser Speer fertig und in drei Runden wächst unsere Stadt, ähm, und bekommt hier oben ein Bürgermeer und das 15. Verteidigungswert, falls wir angegriffen werden, sollte jetzt am Anfang noch nicht vorkommen, zieht man Jor auf den Berg, ah ja, da ist eine Ruine, sehr schön, Ruine, auch noch Goodie hat genannt, also Geschenkhütte oder so wäre das auf Deutsch, ähm, wenn man da reinläuft, bekommt man irgendetwas, manchmal sind es Barbaren, aber meistens ist es was Positives, wie zum Beispiel eine Technologie, die entdeckt wird in den Ruinen oder Überlebende, die dann zu einer Einheit werden oder sich hier, ähm, der Stadt anschließen, etc., schauen wir also einfach mal, was wir kriegen. Wow, ausgerechnet Keramik, das wir gerade fast fertig erforscht hatten, das ist schade, aber immerhin trotzdem eine Technologie, das ist eigentlich das Beste, was man kriegen kann. Dankeschön dafür, ähm, deshalb seht ihr, macht es total viel Sinn, sich möglichst schnell, ähm, ja, auszubreiten und die Gegend zu erforschen. Jetzt brauchen wir eine neue Forschung, jetzt mal Tierzucht. Hier oben seht ihr eine Grenze von jemandem, so, die gestellte Linie deutet auf einen Stadtstaat hin. Ich gehe mal davon aus, dass es einmal ist. So, da ist der Speer und Kopenhagen ist gewachsen. Hier in dem Bereich über der Minimap, ähm, kommt unsere Informationen jede Runde, was passiert ist. Jetzt am Anfang ist das noch recht wenig. Später mal gibt es Riesenlisten von Dingen, die in unserem Reich passiert sind. Okay, das Küste, uh, was ist denn das hier? Ein Bison auf einer Insel. Das hier sind Fische, aber nicht so schlechter Platz hier drüben. Ähm, den Speer schicken wir mal in diese Richtung. Interessanter Berger, alles klar. So, wir müssen eine neue Produktion wählen, der Speer ist fertig. Ich würde sagen, wir gehen auf Bautrupp. Wobei, was kann der Bautrupp machen? Der kann jetzt, sobald Vieh zu fertig ist, hier das hier bearbeiten und sonst kann er gar nichts tun, weil wir den Dschungel hier nicht loswerden. Moment, doch, das ist auch Dschungel. Das geht also erst wirklich, wenn wir Dschungel bearbeitet haben. Das kommt erst hier mit Bronze. Hmm. Ich bin unentschlossen. Die brauchen wir Tierzucht für. Ich glaube, fast. Ich nehme einen Kornspeicher oder so, um die Bevölkerung schneller wachsen zu lassen. Wahrscheinlich so. Jep. In dem Kornspeicher. Also nochmal kurz hier, Schrein startet Religion, weil der nämlich Glauben produziert. Was unsere Zivilisation insgesamt so produziert, seht ihr hier oben. Also es gibt Forschung, Gold, das hier sind Handelsrufen, Zufriedenheit, Punkte fürs goldene Zeitalter, Kultur, Tourismus, das kommt deutlich später. Und, ähm, Glaube. Im Einzelnen gehe ich da jetzt nicht drauf ein, weil wir noch sehen. Das ist ein Moment vielleicht. Nee, wir bleiben mit dem Kornspeicher. Der sorgt dafür, dass unser Reichschnelle wächst. Wenn wir es uns mal angucken, ermöglicht den Transport von Nahrung aus der Stadt. Das wollte ich nicht. Aber es gibt vor allem plus 2 Nahrung. Ähm, und Felder wie Weizen und so, äh, geben ein Feld mehr Nahrung. Wobei, da haben wir hier auch nichts. Ist doch nicht ideal. Na gut, dann gehen wir doch zum Schrein. Wollen noch ein Speer. Ach, ein Speer. Hat jetzt ein bisschen gedauert, die Entscheidungsfindung. Ich entschuldige mich. Normalerweise bin ich da zielgerichteter. Aber ich habe auch Zeflänger nicht mehr gespielt. Okay, wir haben das soweit erforscht, wie es hier weitergeht. Diese großen Berge können wir nicht laufen. So sieht's nach Wüste aus. Oder Schwemmland. Wüste. Gut, ich denke, an der Stelle ist vielleicht ein guter Moment, um den ersten Schnitt zu machen. Ich hoffe, die erste Episode hat euch gefallen und ihr seid weiterhin dabei. Ähm, ich werde direkt weiterspielen. Ihr seht's dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir halten. Macht's gut und ciao.